Ach, sag mal, Uzi, hat Ihr Vater eigentlich den Turbotronic 1000 Aufrüstsatz für Deine Fernbedienung besorgt? Nein, Uzi, ich konnte ihn dazu bewegen, mir die Turbotronic 2000 zu kaufen. Die ist doppelt so gut wie die 1000. Das Spiel ist aus, ich hab gewonnen. Wurde ja langsam, Zeit, Tischtennisspielen ist ziemlich anstrengend. Ach, das hört sich an, als ob da jemand seinen Spaß hätte. Was, ohne uns, das ist ja unerhört. Ich wette, die kommen nie wieder zurück und spielen mit uns. Ja, wir haben keine Chance gegen die super Spielsachen, die die beiden ihnen anbieten. Ist doch ganz klar, wir brauchen jetzt nur einen Plapperbeerkuchen. Mama gibt uns einen Plapperbeerkuchen und damit gehen wir dann zu den Snootys. Und allen, die mitkommen und wieder mit uns spielen, denen geben wir ein Stück von dem Kuchen. Bist du soweit, Papa? Kann losgehen. Jetzt! Achtung, Achtung, das Vorsingen beginnt in wenigen Augenblicken. Da muss ich unbedingt mitmachen. Hey, wohin seid ihr denn alle verschwunden? Wow, ich singe beim großen Huh-Hassi-Volksfest. Das wird der Grundstein meines Riesenerfolgs. Und vielleicht kriege ich auch einen Schallplattenvertrag wie O. de la Otta. Jelly! 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 Hallo, Pinch. Jelly, kommst du nicht rüber zu meiner Tee-Party? Es geht nicht, Pinch. Ich habe keine Zeit mehr für deine kleinen Tee-Partys. Schon vergessen? Ich bin jetzt der berühmte Sängerin. Jelly, was ist denn passiert? Hör dir meine Stimme an! Das klingt aber schlecht. Ah ja, ich denke, ich habe einfach zu viel gesungen und sie dadurch überanstreckt. Oh, Peter, was mache ich denn jetzt los? Hey, vielleicht ist nur dein Hals ausgetrocknet. Hier, trinke ein bisschen Limonade. Danke, es ist eine köstliche Limonade. Hallo, Kinder! Hallo, Dr. Engel! Hallo, Dr. Engel! Dr. Engel, Dr. Engel! Wie geht's meinem kleinen Dr. Engel? Wisst ihr was? Geben wir doch auf. Nein, das machen wir nicht. Wir können nicht aufgeben. Überleg, lieber, wie wir das Ding hier schneller machen können. Wir bräuchten einfach mehr Kräfte beim Rudern. Jetzt hilft uns nur noch ein Köpfchentanz. Ich werde rudern, aber tanzen tue ich nicht. Ach, Peanut, jetzt stell dich doch nicht immer so an. Komm schon, Tanz-Runde. Aha! Köpfchen, mach mir Köpfchen. Köpfchen, mach den Köpfchentanz. Jetzt habe ich es. Was? Was ist passiert?